Was geht ab, Leute? Willkommen zum dritten Video der One Week on Ice. Wisst ihr, es gab ja mal die Zeit auf YouTube die verschiedensten Trends. Von Baden-Innen-Videos, über Ich-verschicke-mich-per-Post-Scheiße, bis hin zu irgendwelchen komischen Schleim-Videos. Das ist richtiger Schleim, guck mal! Julian, du mein Kind! Die Scheiße ist einfach nur creepy, ich mein's richtig ernst. Aber all diese Trends sind irgendwann vorbeigegangen. Bis auf einen bestimmten Trend, der immer noch existiert. Und zwar die 3 Uhr Nachts-Videos. Und diesen Müll macht kein geringerer als... Ich, Leute, was gedacht ist Calvin, ich und Marvin. Ja, die Prank-Bros. Ach nee, Marvin und Calvin, ne? Ach, scheiß auch drauf, Digga. Face-Time mir niemals Thaddeos um 3 Uhr nachts. Alter. Alter! Wer macht denn bitte nach einem Satz ein Leerzeichen und dann drei Ausrufezeichen? Heute gibt es eine 3 Uhr Nachts-Challenge und zwar rufen wir Thaddeos an von Spongebob... Junge, die können sich doch selbst dabei nicht ernst nehmen. Ich mein, was soll denn gruselig an Thaddeos sein? Schauen wir uns doch mal Thaddeos genauer an. Thaddeos Tentakel. Spezies Tintenfisch. Größe 15 cm. Ja, Mann, stimmt. Der hätte ich persönlich auch eine riesen Angst vor. M-Moment mal. Spitzname Tadde? Wir müssen die Nummer noch raussuchen. Wo gibt es Thaddeos Nummer? Wir googeln einfach mal rum. Wir googeln klassisch einfach mal, ne? Und ich hoffe, wir finden die Nummer. Wir googeln jetzt und suchen die Nummer und dann sehen wir uns, wenn wir die Nummer haben. Bis gleich. Leute, wir haben endlich die Nummer gefunden. Das hat richtig lange gedauert. Augenblick mal. Nehmen wir jetzt mal testweise den Einspieler weg. Wir googeln jetzt und suchen die Nummer und dann sehen wir uns, wenn wir die Nummer haben. Bis gleich. Leute, wir haben endlich die Nummer gefunden. Das hat richtig lange gedauert. Die haben sich fast gar nicht bewegt. Du bleibst ja wohl nicht fast gleich sitzen, wenn du echt lange im Internet suchst. Oder vielleicht haben die gar nicht gesucht und das alles ist fake. Nee, nee, nee. Das hat richtig lange gedauert. Und zwar habe ich die Nummer von Thaddeus jetzt eingespeichert. Das ist auch direkt ein Profilbild. Ich will die Nummer jetzt nicht exposen. Das bringt schon sehr viel, wenn man die Nummer angeblich auf Google finden kann. Deswegen zeige ich das so. Leute, seht ihr das? Thaddeus. Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Okay, also jetzt rufen sie endlich Thaddeus an. Dann sehen wir uns das Ganze mal an. Leute, das Welt. Oh, welch Schauspielkünste. Oscar-würdig. Ich dachte, wir drangen. Hä? Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das denn? Oh mein Gott. Hat Marvel da echt reingeschissen, auf den Play-Button zu drücken? Es kann doch nicht offensichtlicher sein, dass da nur ein Video abgespielt wird. Thaddeus? Wieso kommt? Hä? Hallo? Was geht da ab? Was ist das für ein Bild? Thaddeus? Junge, was schreien die da jetzt auch noch so rum? Was denken die denn, wer da noch rangeht? Thaddeus? Nein, hier ist Patrick. Ey, ich ruf dann nie wieder an. Es hat gekloppt, nein. Ey, du gehst gucken. Ey, schnick, schnick mal hin. Echt? Schnick, schnack, schnuck? Thaddeus? Hallo? Ja, hier? Bist du da? Ja. Wow. Wow. Das ist doch so offensichtlich gefaked. Ich meine, nach zwei Sekunden suchen, habe ich den Greenscreen gefunden, den die benutzt haben. Und wenn das Video so offensichtlich gefaked ist, warum zum Teufel hat das Video 58.000 Likes? Werfen wir doch mal gemeinsam einen Blick in die Kommentare. Ey, Marvin und Kevin, ihr seid echt cool. Sind das nicht Marvin und Kel? Mal, Finn, was ist mit deinem Nase passiert? Ich dachte, er heißt Marvin. Biete, biete, fake nicht so viel. Also bei dieser super tollen Rechtschreibung in den Kommentaren, kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn diese 58.000 Likes zusammenkommen. Fiek. Junge, soll das Fake heißen? Bei 5 Minuten 36 sieht es aus, als hätte Calvin einen Dildo in der Hand. Warte, was? Jungs, das war ehrlich genug Internet für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.